In Part 34 von Let's Play Sherlock Holmes jagt Arsène Lupin macht unser lieber Sherlock Holmes genau das im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind durch einen Geheingang im Buckingham Palace dem Arsène Lupin hinterhergestiegen, der es geschafft hat, der Königin Victoria einen Kuss zu rauben, wobei sie sich nicht sehr dagegen gewehrt hat. Und wir haben hier jetzt unglaublich viele Kunstschätze vor uns. Oha! Oh! Das Holz dieser Statue ist unbeschädigt. Sie muss sehr schwer sein, aber es ist möglich, sie ein wenig anzuheben. Aha! Diese Orgel ist verfallen, aber die Stahlpfeifen sind aus widerstandsfähigem Metall. Keine von ihnen wurde beim Umfallen beschädigt, und sie sind nicht mit der Zeit verrostet. Interessant. Was war das hier? Der Boden hier ist leicht schräg. Ein schräger Boden, okay. Oh, das heißt... Hier ist nichts Besonderes. Das heißt, wir müssen irgendetwas ins Rollen bringen vielleicht. Oh, war die Tür vorhin auch schon auf? Hier ist nichts Besonderes. Die war doch zu gerade eben, oder? Lupin muss das Schloss eingehakt haben, aber es hat sich hinter ihm verschlossen. Dieses Gitter ist in keinem guten Zustand. Wird es nachgeben, wenn man Gewalt anwendet? Das Gitter ist offen, Leute. Oh. Okay, das Spiel hat einen Bug. Spuren von Feuchtigkeit. Lupin ist hier entlang gegangen. Okay. Der Boden hier ist leicht schräg. Das hatten wir schon. Hier ist nichts Besonderes. Okay. Uh, alles klar. Ich denke, wir müssen etwas mit diesem Elefanten hier tun. Das Holz dieser Statue ist unbeschädigt. Sie muss sehr schwer sein, aber es ist möglich, sie ein wenig anzuheben. Was sagt der Orgel nochmal? Oh. Diese Orgel ist verfallen, aber die Stahlpfeifen sind aus widerstandsfähigem Metall. Keine von ihnen wurde beim Umfallen beschädigt. Und sie sind nicht mit der Zeit verrostet. Okay. Okay, er nimmt alle. Alles klar. Kann ich denn? Das Holz dieser Statue ist unbeschädigt. Sie muss sehr schwer sein, aber es ist möglich, sie ein wenig anzuheben. Okay, ich kann hier nicht den Hebeltrick anwenden, um das Ding zu bewegen. Kann ich denn, kann ich denn, kann ich in den Rollen, den Elefanten? Ah, das wird gehen, ja. Da wird auch nochmal eine schräge Stelle. Ja. So, jetzt müssen wir eine offene Tür eintreten, sozusagen. Sie und ich, Lupin. Sehr schön. Erledigt. Aber Lupin weiß jetzt auch, dass jemand hinter ihm her ist. Alles klar, dann heißt das, wir sollen uns beeilen. Jetzt ist sie wirklich offen. Lupin, er ist da. Also eigentlich ist er ja weg. Was zeigt ihr? Was ist das? Diese Schaftstücke sind von dem Schloss. Lupin muss sie heruntergeworfen haben, nachdem er diese Tür wieder verschlossen hatte. Hm. Ach, er hat sie verschlossen. Der Schließmechanismus dieses Gitters scheint ziemlich ausgeklügelt zu sein. Okay. Alles klar, Leute. Ein X, I, I, plus. Minus. Das sind, oh, ach, das sind römische Zahlen. Schaut mal. X, V, L ist auch eine römische Zahl. Genau. 50, C, 100. Okay, und was soll ich jetzt hier machen? Äh. Ah, ist gleich. Ah, hier ist ein ist gleich. Jetzt sieht es, okay. 12 plus irgendwas minus 52 ist gleich 100 minus. Was kann ich denn? Äh, hallo? Ah, okay. Also ich hätte mal gesagt, das hier ist V. Äh. Das wird doch hier aber auch ein Plus sein, oder? Aha. Vielleicht ist das auch ein Plus, wer weiß. Okay, 100 minus 7 plus... Hm. Hier. Hm. Hm. So, und jetzt? Äh. Okay. Ich bin etwas überfragt, muss ich gestehen. 4, da kommt aber bestimmt noch was hin, oder? Und da kommt noch was hin. Puh. 12 plus 2. Ja, jetzt mal 14 minus 52. Das kann irgendwie nicht sein. 100 minus 7 plus. Aber das muss jetzt ja auch kein Plus sein. Das kann sein, dass das jetzt auch ein... Achso, doch, das muss ein Plus sein. Äh. Und das sieht aber auch noch danach aus, als wäre da noch was frei. Hm. Hm. Okay, ich mach mal einfach irgendwas. Nochmal die 7. Ah, nee, das geht nicht. So. 12 plus 7 minus 52 macht auch keinen Sinn. Nee, die minus 52, das ist wahrscheinlich wieder ein Plus, oder? Na, na. So, vielleicht. Und das wird auch ein Plus sein. Muss nicht, aber 100 plus 7 plus... Na. Hm. Also wartet mal, das hier. Also, puh. Nein, da brauch ich jetzt Tipps aus der Rätselhilfe, Leute. Das, das, das bringt sonst nichts. Das ist... Äh, runtergefallen ist. Das ist... Ja. Die ist... Äh, Le Pen, die Tür bei der Flucht zerschlagen hat. Ja. Oh, halt. Wuh, 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 wuh. Wo hab ich jetzt geklickt? Äh. Äh, wie gelange ich genau hier das? Ja. Sie können ein paar Medellnadel vom Boden aufheben. Habe ich. Verwenden Sie diese, um die Gleichung zu korrigieren. Ja. Bei den Rechenaufgaben oben und unten müssen Sie das gleiche Ergebnis erhalten. Das ist mir klar. Die Gleichung müssen in einem dynamischen Zeilen dargestellt werden. Außerdem müssen Addition und Substraktion verwendet werden. Ein Tipp noch. Die Dezimalzahlen lautet... In Dezimalzahlen lautet das Ergebnis 81. Okay, das muss jetzt reichen als Tipp. 81. Okay, das heißt, wenn das hier 52 sind und das hier 12, dann sind wir bei 64. Dann muss hier in der Mitte 19 sein. Was soll das da unten hin tun, ja? Nochmal 81. Ne, warte mal. 12 und 7 sind 19 und 52. Sind aber nicht 82, sondern 71. Äh, 71. Äh, 71... Nicht 81, sondern 71. Das heißt, ich brauche noch irgendwo 10. Geht das so? Ah, 22 und 7 sind 29 und 52 sind 81. Gut, dann mache ich mal das da unten kurz nochmal weg. 100 minus 7 sind 93, aber da ist ein Plus, das geht nicht. Das heißt, das hier müsste eine relativ große Zahl sein, kann das 100 minus 22 sein, dann während das 88 ist, es müssen aber 81 rauskommen. Und das hier ist auf keinen Fall ein Minus. Also da oben hätte ich die 81, das wäre ja cool. Ist gleich 100 minus 22. Ah, Momentchen mal, aber niemand sagt doch, dass das hier ein mathematisches Symbol sein kann. Muss, es kann ja sein, dass das so ist. Nein, kann nicht sein, gell? 100 minus 22 sind ja keine 88, sondern 78. 80, ach, plus 4 sind 82. Ach, ich bin ja mathematisch unbegabt. So, ah, das war jetzt schnell. Warte nochmal, Mathe. Ah, Hebel. Nein, oh, da ist eine Falltür. All diese Objekte sind antik. Sie müssen aus der normannischen Ära stammen. Da ist eine Falltür. War ja nicht anders zu erwarten. Wir haben hier nichts, also brauchen wir hier etwas. Ich brauche etwas, einen Drachen zum Beispiel. Der Bug dieses normannischen Langschiffs ist sehr schwer und scheint ziemlich robust zu sein. Warum erwähnst du das so? Können wir den irgendwie benutzen? Das ist eine Kette. Kette ist gut. Ah, noch eine. Das könnte noch nützlich sein. Das könnte noch nützlich sein. Kann ich euch... Jawohl. ...da rumbinden vielleicht? Halt, Verzeihung. Und so eine Art Flaschenzug. Ah, da oben, schaut mal, Flaschenzug. Und jetzt? Jetzt ist aber fraglich, was ich jetzt hier tun muss. Ein Hebel. Bringt der mir was? Ach, nee. Momentchen mal. Kann ich dich wieder losmachen? Nee, kann ich nicht. Dieser Teil ist in einem erbärmlichen Zustand. Hm. Wir haben das hier am Zahn festgemacht, Leute. Ähm. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Zeit zum Nachdenken. Hm. Hm. Kann ich tun. Ich kann bloß diesen Hebel hier benutzen, aber den hält ich ganz wieder los. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Ja, irgendein... Zeit zum Nachdenken. Irgendein Fehler? Ach, ich habe ja die Kette noch in der Hand. Elementar. Okay. Und was machen wir jetzt Elementares? Und jetzt? Ach, lass mich den jetzt runtersausen. Ah. Wir hätten auch die Falschuhe anheben können mit der Kette. Das wäre einfacher gewesen, glaube ich. Na ja. Nur so eine Theorie. Ich bin ein Stockwerk weiter unten. Ich muss einen Weg finden, wieder nach oben zu kommen. Ja, vor allem muss ich einen Weg finden, Le Pen zu finden. Hier ist wohl die Garderobe. Oh. Oh, schaut mal. Okay. Ich ziehe ihn jetzt mal um hier. Das könnte noch nützlich sein. Was auch immer es ist. Pfeile, da. Pfeile. Okay. Oh. Hm. Da ist etwas drin. Aha. Ist da auch was drin? Das ist der Teil eines indianischen Totems. Okay. Noch ein Teil. Das ist der Teil eines indianischen Totems. Aber doch noch was hier. Ach. Das ist der Teil eines indianischen Totems. Das ist auch der Teil eines indianischen Totems. Das ist der Teil eines indianischen Totems. Und die muss ich jetzt hier kombinieren, nicht wahr? Ah, manche mal. Ich muss diese Teile auf den Boden legen, um dieses Totem besser zusammenfügen zu können. Gut, noch einen kurzen Blick hier, bevor wir hier weiter hetzen. Nö, hier gibt es leider nichts mehr. Schade. Hier gibt es viele schöne Sachen. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, wie der aussieht. Also ich hätte mal gesagt, das hier sieht nach Bodenstück aus, mit dieser Wulst hier unten. Dann... Schwierig. Vielleicht den hier. Nein, das kann ich nicht tun. Das kannst du nicht tun. Das hier vielleicht. Das kannst du tun. Dann dich. Der Adler kommt doch bestimmt ganz oben. Und... Das hier. Elementar. Elementar, lieber Holmes. So, und jetzt möchte ich ganz gerne nach oben. Da ist ja etwas drin. Okay, ein Spielzimmer. Billard. Falschütter sind wir rausgekommen. Schauen wir mal, was ist das hier an. Nicht, dass es sich dahinter versteckt. Elementar offen. Elementar offen. Was war dann das andere hier? War das nur eine falsche... Hier ist nichts Besonderes. Nur eine falsche Fährte. Nee, dann da durch. Wahrscheinlich müssen wir jetzt mit den Pfeilen hier bewaffnen. Ach, nö. Das nächste Zimmer hier. Schaut mal. Das könnte noch nützlich sein. Wofür denn? Das könnte noch nützlich sein. Okay. Ich bin völlig abgehängt, Leute. Aber völlig. Aber völlig. Noch ein kaputter Spiegel oder verschmutzter Spiegel. Ich brauche etwas. Du brauchst etwas, Holmes. Das könnte noch nützlich sein. Jawohl. Oder oben ist etwas. Ich bin ein Stockwerk weiter unten. Ich muss einen Weg finden, wieder nach oben zu kommen. Hm. Glas. Tja, Leute. Aber was wir hier tun, um nach oben zu kommen, das schauen wir uns dann im nächsten Part an von Let's Play Sherlock Holmes Jagd Arsène Lupin. Hier ist nichts Besonderes. Hier sind lauter besondere Sachen, aber irgendwie weiß ich nicht im Augenblick, was wir tun können. Aber das finden wir bestimmt raus im nächsten Part. Ich werde mal offscreen noch ein bisschen rumtüfteln, was wir hier tun müssen. Vielleicht müssen wir hier irgendwie so eine Rampe raufbauen. Also vielleicht mal kurz die Theorie, den hier einklemmen, dass er nicht... Ich brauche etwas. Na, das ist es wohl nicht. Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.